Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. Wow, einiges los hier in, ähm, Moment, Obertiefenbach, genau, Obertiefenbach war es. Ich wusste gar nicht, dass das so ein vielbefahrener Bahnhof ist, aber guck mal einen an. Ja, das ist natürlich schön. Wir haben hier noch einen Zug, der auf uns wartet. Wir haben eine neue Strecke gemacht von, ja, Obertiefenbach, ja, hier oben kommt nochmal was, äh, von Obertiefenbach nach Brieselang, genau, das ist der Zug, der muss warten, bis er in sein Gleis kommt. Hier steht wahrscheinlich, ja, er steht hier noch drauf. Gut, das nutzen wir ganz schnell, aber ich kann mich hier irgendwie fast nicht losreissen, muss ich gestehen. Ja, jetzt lässt langsam nach. Gut, wir machen mal schon eine Pause, weil wir haben noch was anderes zu tun. In Brieselang selber, da haben wir ja die Gleise ersetzt hier hinten, weil da die Leitplanke mittendrin war, also das Geländer war da mittendrin, jetzt habe ich aber gerade gesehen, hier ist das auch noch. Wir sind ja eh im Pausenmodus, dann können wir hier diesen Bereich schnell kappen und neu bauen, dann ist das ja nämlich auch weg, wenn es denn, jawohl, funktioniert, wollte ich gerade sagen. So, einmal weg damit. Dauert ein bisschen, ist immer so zu Beginn, wenn ich ein Spiel lade, irgendwie möchte es dann nicht, auch wenn ich das Ganze halt einlese, aber so mit Brücken ist immer ein bisschen schwierig. Nehmen wir hier das schnelle Gleis, das was wir da eh hatten, einmal hier rein, und einmal hier rein und dann sollte das repariert sein, wenn es denn funktioniert. Jawohl, mal schnell gucken. Ja, da wird noch gerechnet. Mach mal. Ja, fortsetzen. Jawohl. Passt, da ist nichts mehr in der Mitte drin. Gut, dann können wir zurück zu unserem Zug. Hier oben und dann steigen wir nämlich ein, sobald wir, ja, freie Fahrt haben. Fahren wir denn schon? Ne, noch nicht, weil wahrscheinlich der Kollege immer noch drin steht. Er hier. Der ist zuständig, beziehungsweise der ist verantwortlich. Dann guck mal, dass du rauskommst. Wir gucken, dass wir hier reinkommen. Sehen wir von hier aus den Zug? Ja, wenn ich die käme. Irgendwie ein bisschen, wenn ich es hinkriege. Sag mal, das ist der Tour. Aber, ja, da sehen wir die Züge. Da kommt gerade der Tischewe noch rein. Und ein Autosafe natürlich, ja. Aber das lasse ich tatsächlich, weil ich bin immer wieder froh, wenn ich das habe. Weil sonst baue ich ins Leere raus, wenn das Spiel abstürzt. Das Problem kennen wir. Geht ja auch schnell. So, sehr schön. Ja, wir setzen uns in Gang. Okay, weil er jetzt hier rausfährt. Dann gucken wir uns unseren Zug da nochmal an. Ah, schau mal an, das sind die gleichen Wagen. Ja, ich habe es doch fast vermutet. Wobei ist das nicht sogar... Das ist doch unser Zug. Warum ist denn hier Regio Brieseland-Kirchberg? Da war schon einer raus. Hä, wann ist der denn reingefahren? Haben wir nicht die letzte Folge beendet, weil ich die Züge gekauft habe? Haben wir danach noch was gemacht? Ja, ist im Prinzip egal. Dann ist der schon mal auf der Strecke. Ich wollte gerade sagen, die gleichen Wagen. Ja, kein Wunder, ist ja die gleiche Linie. Da haben wir dann auch mal die gleichen Wagen. Sag nochmal rauf. Oh, da kommt nochmal ein Tischewe. Auch ein schönes Bild. Nehmen wir gleich mal mit, so. Oh, nochmal ein Regio oder ein Interregio. Oh, und wir schlängeln. Ach, das ist ja richtig schön hier. Wir müssen, glaube ich, öfters mal irgendwie nach Obertiefenbach rein. So wie das aussieht. Wunderbar. Gut, einmal Höhe generieren. Und dann setzen wir uns hier mal hin. Mal gucken, ob da jemand schon mitfährt. Werden wir gleich wissen. Die stehen eigentlich schon hier. Aber ob die für uns hier stehen. Weil wenn da natürlich sowieso schon ein anderer Zug von unserer Linie drin war. Dann hat der natürlich auch schon mal Leute mitgenommen. Das ist ganz klar. Aber wir sehen es ja gleich. Null von 126 Kapazität. Aha. Na. Möchte jemand? Jawohl. Sechs Leute. Sehr schön. Immerhin. Da kommt gerade noch ein... Was ist das? Ein Dostdost da hinten? Ich sehe es nicht richtig. Aber der interessiert uns eigentlich nicht. Weil wir fahren in die andere Richtung raus. Wenn wir denn können. Ja, wir können. Sehr gut. Mal gucken, wie frei wir fahren können. Es ist... Ist die Strecke. Ja, nee. Das ist eine Strecke mit sehr viel Gleis, das wir schon hatten. Aber eben mit der längsten Ausfädelung, die wir je gebaut haben. Stimmt. Mal gucken, ob wir die finden. Ich denke mal, ja. Während da oben der Techeway in seinen Spezialbahnhof reinfährt. Da haben wir ja einen eigenen Bahnhof für die Techeways und Hybride. Ja. Und hier wartet nochmal ein Kollege. Allerdings, das ist jetzt wirklich eine andere Linie. Aber guck mal, das sind auch die gleichen Wagen. Dann haben wir die Wagen schon mal verwendet. Okay. Das ist aber kein Drama, weil das sind ja alles Züge, die hier nach Ober-Tiefenbach reinfahren. Also von daher, passt doch. Warum steht denn da Regio 18 Brise lang Kirchberg? Ober-Tiefenbach ist das doch. Habe ich das falsch benannt? Das gibt es doch nicht. Ich habe das falsch benannt. Wie komme ich denn auf Kirchberg? Das hat mit Kirchberg gerade mal gar nichts zu tun hier. Äh, ich gehe mal ganz schnell raus und ändere das hier. Das ist schon die Linie, die wir jetzt hier. Ja, das ist schon unsere Linie. Also Kirchberg stimmt hier gar nicht. Das habt ihr wahrscheinlich auch in die Kommentare geschrieben. Äh, das kann ich aber noch nicht gelesen haben. Ober-Tiefen und dann Bach. So, jetzt stimmt's. Gut, das hätte mich jetzt doch gewundert, wenn da irgendwie Kirchberg noch eine Rolle gespielt hätte. Oh, hier haben wir die Tränenfieber-Gedenkansicht einmal mehr. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Ansicht, vor allem wenn man hier oben überall noch die Züge hat. Ja, schön wie da gefahren wird. Jetzt wird's ein bisschen unruhend. Hier steht eine BR-103 müsste das sein. Der Hybrid, der da noch lang düst. Sehr nett. Ich brauche eigentlich nicht dich, sondern ich möchte hier... Achso, Moment, ich müsste noch die richtige Kamera erwischen. Das wäre die hier. Einmal aufs Dach rauf. So, und dann verharren wir hier wieder. Da steht schon wieder einer. Okay, nachtigal, ich höre dir Trapsen. Haben wir hier erste Probleme mit stehenden Zügen. Wir sehen's gleich. Wenn hier natürlich noch weitere stehen, müssen wir uns das nochmal ansehen. Da könnte man auch nochmal ein Signal setzen. Nicht, dass das das Problem behebt. Ja, da steht nochmal einer. Nicht, dass das das Problem behebt, aber hilft natürlich schon auch ein bisschen. Ui, da hinten steht noch einer. Okay, das werden wir uns ja ansehen. Ich wollte gerade sagen, nachher, nach dieser Mitfahrt, die genießen wir jetzt natürlich zuerst mal. Jetzt sind wir auf der ersten Ausfädelung, die hatten wir schon. Machen wir weiter mit der Linie für den Güterzug, 1,2 Kilometer. Aber wir müssen, glaube ich, tatsächlich zuerst schnell gucken, warum die hier stehen. Dass wir da Abhilfe schaffen, weil das sind zu viele. Man sieht hier links, dass da weitere stehen. Ja, die hier. Mhm. Ja, das schauen wir uns an. Aber jetzt genießen wir erstmal in Ruhe die Fahrt. Das machen wir jetzt natürlich nicht mitten während der Fahrt. Und das ist, wie gesagt, die erste Ausfädelung. Die ist noch nicht ganz so lang. Und dann haben wir ja eine zweite. Die haben wir dann, ja, die haben wir gestern gebaut. Ja, die ist definitiv länger. Das ist schon eine Strecke, wenn man so will. Was wir da an der Ausfädelung gebaut haben. Aber man sieht ja, es nützt was. Also wir haben bei wirklich den Ausfädelungen mit Brücken etc. eigentlich keine Probleme mit stehenden Zügen. Ich bin überzeugt, da hinten, da wo die jetzt stehen. Ja, da liegt es wahrscheinlich eher dran, dass wir eine alte Ausfädelung haben. So eine klassische. Naja gut, wir müssen jetzt uns das noch nicht überlegen. Das gucken wir dann nachher. Wir genießen jetzt erstmal die Strecke. Das hier müsste die neue Ausfädelung sein, die wir gestern gebaut haben. Also da sind wir jetzt eine Weile auf dem Teil unterwegs, bis wir dann in unseren anderen Gleisen drin sind. Schönes Portal, immer wieder. Genau mit Tunnel und dann, glaube ich, geht es gleich noch mal in den Tunnel rein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, erstmal hier die Kurve. Ja, dann über den Bahnübergang rüber. Also das zweite Tunnel. Ich dachte, wir hätten hier zwei Tunnel gebaut. Mir war definitiv so. Ja, es geht auch ein bisschen weiter unter die Erde. Das sieht schon aus, Windtunnel-Eingang. Ja, ja, eben, dann liege ich richtig mit dem, was ich angenommen habe. Das ist selten genug beim Mitfahren. Ich habe schon wieder keine Ahnung mehr, was wir da gestern gebaut haben. Aber da bin ich auch immer froh, weil es macht natürlich die Mitfahrt interessanter. Aha. Ei, 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 okay. Hier haben wir wieder irgendwie einen Dammer oder irgendetwas im Weg. Ich gucke mal schnell. Ach, das Teil. Ja, das werden wir uns natürlich ansehen. Das ist ganz klar. Also das muss geändert werden. Das geht so nicht. Es geht. Das Spiel, dem Spiel ist das egal. Das ist ganz klar. Aber das ist natürlich für die Optik, ist das Mumpitz. Also deswegen werden wir das definitiv ändern. Also dann haben wir jetzt schon zwei Dinge, die wir machen, bevor wir zur Güterzuglinie kommen. Nämlich das eine ist, äh, ja, die stehenden Züge da hinten in der Nähe von Ober-Tiefenbach. Und das andere ist dann eben hier mit diesem Tunnel. Tag, Kollegen mit Zuckerwagen. Sehr gut. Die transportieren Lebensmittel in dem Fall. Zumindest im Idealfall. Ich nehme mal an, das tun sie auch. Und da kommt doch schon unser Zug zurück. Ist das richtig soweit? Jawohl. Also wir haben hier freie Fahrt. Also wir haben keine Probleme tatsächlich. Aber in die Gegenrichtung hatten wir da vorher die Probleme. Jetzt muss ich gestehen, ich habe natürlich schon wieder keine Ahnung mehr, wie das hier irgendwie geht. Ist das hier die Abspaltung? Ja, ich glaube, da geht es in den Bahnhof rein. Tatsächlich hier vorne rechts. Da geht es in den Bahnhof rein. Wir haben rot. Ich habe gerade noch gesagt, wir hatten keine Probleme. Das ist aber auch kein Problem. Also hier stehen wir heute und jetzt warten wir einen Momentchen. Da wird einer entgegenkommen. Ich glaube nicht, dass der Stadler Kies hier zuständig ist. Der fährt nach Rorschach rein. Von Brise lang aus. Ne, der ist auch nicht zuständig. Da ist jemand anderes zuständig. Kommt vielleicht von hinten noch ein Kollege? Nein. Ne, aber da steht schon wieder einer. Aha, jetzt haben wir die Freigabe. Gut, dann geht es für uns jetzt in den Bahnhof rein. Es war nicht mal eine ewig lange Strecke. Aber mit dieser Einfädelung, die wir da gebaut haben, haben wir die Strecke sozusagen künstlich noch verlängert. Finde ich jetzt auch nicht so falsch. Man sieht ja, es funktioniert. Und ich müsste mich jetzt schon täuschen, wenn es hier nicht tatsächlich in den Bahnhof reingeht. Ja, ja, das sind die Brücken. Normal mal hupen, bitteschön. Jawohl, fein gemacht. Genau, da geht es auf den Damm rauf. Und dann hier in luftiger Höhe über die Stadt hinweg. Und da hinten in den Berliner Bahnhof rein, den wir hier in Brise lang haben. Das Haus, das hier mal stand, das haben sie nicht mehr gebaut. Da bin ich froh. Da hat es vielleicht sogar geholfen, dass sie die Bäume da hingesetzt haben. Hier unten sehen wir die Bäume. Da stand ein Haus in den Gleisen drin. Das haben wir mit den Bäumen verhindert, dass das wieder gebaut wird. Ja, es ist halt schon ein extrem cooler Bahnhof hier, der Berliner Bahnhof. Wir haben hier natürlich noch Gleise unterhalb, also unterirdische Gleise. Da werden wir auch noch ein paar Züge reinschicken, ganz klar. So, wir drehen dich mal. Auch wenn wir hier in luftiger Höhe sind. Ja, das sieht halt schon, das sieht schon sehr gut aus. Rieselang Zentrum. Wir sind angekommen. Jetzt warten wir noch schnell, bis er sich dreht. Ich hoffe, er kann wieder rausfahren. Ist natürlich schon mit diesem Eingleisigen, was wir hier haben, bei der Ausfahrt oder bei der Einfahrt, je nachdem, von wo man kommt, das ist nicht ideal. Da kannst du dann halt wirklich auch mal Probleme haben mit den Zügen. Ich muss jetzt mal gucken, ob er, ja, ob er fährt. Doch, er fährt. Okay, also er kann fahren, während wir dort noch den Stadler Kiss, die Railroad-Version haben. Sehr schön. Gut, also, dann haben wir da, lassen wir den rausfahren. Und, was machen wir zuerst? Ich würde sagen, wir machen zuerst diese Unterführung hier. Die da irgendwie nicht ganz so ideal ist, sagen wir es mal so. Wo hatten wir die denn? Das müsste hier sein. Jawohl, gut, das haben wir natürlich relativ einfach behoben. Ich gehe mal ganz schnell auf Pause, hole den Bagger. Wir reissen einfach den Bereich ab, wo das hier. Darunter ist das, können wir lassen, die beiden, weil hier ist aufgeschüttet worden. Aber hier, dieser Teil, der muss weg. Äh, schauen wir mal. Das muss weg. Ja, jetzt rechnet es wieder. Nicht rechnen, also ja, schon rechnen, aber halt. Primär mal abreissen. Ja, jetzt klappt es. Das muss auch weg. Das ebenfalls, das ebenfalls und das hier noch. Und dann schauen wir mal, ob wir hier, ja, aufschütten oder eine Brücke machen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Haben wir hier das Gleis. Einmal andocken. Da rein. Da wird aufgeschüttet. Das ist in Ordnung. Dann haben wir dort beim Tunnel keine Probleme mehr. Jetzt hätten wir hier ein anderes Gleis. Ich würde das trotzdem irgendwie mit dem neuen Gleis machen. Hier wurde halt mal irgendwann, hier wurden die Gleise verbessert. Wir sehen, ja, die Fehlermeldung ist weg. Da kann ich wieder auf Play gehen. Also hier wurden halt einfach die Gleise mal irgendwann ersetzt. Und zwar einfach in dem Bereich hier. Finde ich irgendwie cool. Gefällt mir sowas. Oh, da kommen gerade ein paar Züge daher. Sollen wir die noch mitnehmen? Ich würde sagen, ja, der eine fährt zwar da lang. Sehr schön, das ist ja der Metronom tatsächlich. Tag, Kollege. Gut, und jetzt haben wir aber noch die stehenden Züge. Die schauen wir uns auch gleich an. Da noch ein Güterzug. Ja, so langsam kommt hier Betrieb auf die Anlage. Also das ist schon so. Wenn wir irgendwie da in Obertiefenbach vorher geguckt haben. Ja, da gehen wir jetzt eh wieder hin. Weil, wir gehen mal schnell runter. Ich brauche mal die Linie nochmal, damit ich genau weiß, wo wir lang gefahren sind. Mach mal das Auge und mach mal, genau, Prise lang Obertiefenbach. Ne, jetzt habe ich das Falsche aufgemacht. Mach hier nochmal. Die hier brauchen wir. So, einfach damit wir sehen, wo sind wir lang gefahren. Und wo stehen hier Züge. Da haben wir die Signale. Jetzt fährt er. Aha. Jetzt steht hier keiner mehr. Okay, dann hat es sich aufgehoben. Ich habe es mir fast noch gedacht, weil der Punkt ist halt im Bahnhof selber hier vorne. Da hatten wir gar keine Probleme. Das sieht man ja hier. Hier ist ein munteres Gefahren. Rein und raus. Also wenn sich das, oder wenn hier ein Problem gewesen wäre, dass die Züge deswegen stehen, dann hätten wir das im Bahnhof schon gehabt. Aber das haben wir tatsächlich nicht. Nein, jetzt fahren sie. Dann haben sich die wahrscheinlich einfach gleichzeitig irgendwie... Die wollten alle gleichzeitig hier lang. Ja. Ja, der steht jetzt. Ah, hier hinten fahren sind die BR-103s am Fahren. Er ist hier am Warten. Ja. Dann hiess ich doch gleich mal zur Feier des Tages. Jetzt kann er auch wieder fahren. Ja, das können wir so lassen, weil das funktioniert. Man sieht es ja. Wenn hier mal ab und zu jemand steht, weil vielleicht einfach der Bahnhof sozusagen überfüllt ist. Ja, dann ist das okay. Und hier, da kann er nicht fahren, weil er fährt. Also das ist natürlich auch kein Problem. Und hier hinten ist Bewegung. Ja, da oben ist Bewegung. Dann ist überall Bewegung. Dann würde ich sagen, dann können wir eigentlich zum Weiterbau. Wir bleiben schnell noch hier und gucken uns den Zug noch an. So, damit ich nochmal niesen kann in Ruhe. Da konntet ihr nochmal schön dem Zug zugucken. Aber hier ist auch nochmal einer. Ja, wunderbar. Gut, also wir gehen. Jetzt stehen sie hier aber trotzdem wieder. Aber da kommt einer. Und jetzt setzt er sich wieder in Gang. Also das können wir tatsächlich einfach so lassen. Weil die fahren ja. Gut. Wir gehen über zum Weiterbau. Unserer 1,2 Kilometer langen, wir müssen noch reden können. Ja, weil ich die ganze Zeit was niesen muss. Langen Güterzugstrecke. Wo sind wir denn da stehen geblieben? Irgendwo hier unten, dachte ich. Ist hier ein Gleis? Ja, da, guck mal. Hier genau. Was wollten wir denn? Ja, eigentlich um den Bahnhof rum. Und dann hier vorne irgendwie da rüber. Und dann müsste irgendwo hier hinten dann unser Bahnhof sein. Ja, da oben wäre er. Ja, dann bauen wir das mal. So. Ja, ob wir das fertig kriegen? Hm. Ja, ich bezweifle es. Aber jetzt wäre es doch eigentlich noch nett, wenn wir hier in den Bahnhof ran kämen. Kann ich hier andocken? Nee, irgendwie andocken geht nicht. Daneben würde gehen. Ja, daneben ist doch eigentlich auch okay. Wissen, wenn wir so gucken. Geht ein bisschen zu weit runter. Moment. Ich mach das mal von hier her kommen. Da geht andocken tatsächlich. Aber ich kann halt ganz nah ran. Also das funktioniert. Hier vielleicht sogar noch ein bisschen runter. Ja, dann sind wir doch... Im Prinzip sind wir angedockt, ohne dass wir angedockt sind. Ist das weit genug weg? Nicht, dass wir hier mit irgendwelchen Wagen hier dagegen knallen. Ich mach's mal nochmal ein bisschen weiter weg. Mit Shift. Okay. Ja, es ist zu nah dran. Das gefällt mir nicht. Das machen wir nochmal. Dann war ich's lieber so. Weil das sieht komisch aus. Wenn wir dort dann irgendwie einfach gegen... Irgendein Geländer oder irgendwas krachen. Das ist ja auch okay. Also so sind wir tiefer unten. Das ist in Ordnung. Und da können wir auch tiefer unten sein. So, jetzt haben wir gerade nochmal eine Autosave. Schon wieder. Okay. Was hab ich denn eingeschrieben? 15 Minuten. Naja, gut. Kommen wir von hier da rein. Ja, kommen wir. Okay. Dann können wir das so machen. Hier einmal um das Teil rum. Sehr schön. Weil wenn ich hier dieses Dipper sehe, denke ich wieder an die Stellwerke. Ja, hier hab ich geschrieben. Mach mal ein paar Stellwerke. Das sieht doch so schön aus. Da habt ihr völlig recht. Kommt, ihr setzen hier mal noch schnell eins hin. Ein schönes Stellwerk. Äh, das zweite Gleis. Da hab ich genau die zwei Meter irgendwie verdattelt. Okay, das müsste eigentlich funktionieren. Hier lang, hier vorne, durch und dahin. Ein Stellwerk. Wir gucken mal schnell. Wir machen einfach mal eines. Ich würde gerne später dann noch weitere setzen. Eigentlich bei jedem Bahnhof. Und das machen wir auch noch. Äh, ich müsste den S setzen. Das hilft. Stellwerk. Da haben wir sie auch. Da haben wir sie doch. Stellwerk Eisenhüttenstadt. Guck mal, das passt doch hervorragend hier rein. Äh, wie sieht's aus, wenn ich dich drehe? Das gefällt mir fast besser. Oder haben wir vorne ein Schild? Ja. So, hier einmal das Stellwerk. Einmal ein bisschen runter. So ein bisschen ins Gras rein. Zack. Und schon haben wir so ein Teil. Wunderbar. Da habt ihr halt schon recht. Das sieht halt einfach extrem cool aus. Das machen wir bei anderen Bahnhöfen dann definitiv auch noch, würde ich vorschlagen. Gut, aber jetzt bauen wir mal weiter. Was haben wir hier als nächstes? Ein Tunnel. Was passiert mit uns? Ja, wir kommen auch im Tunnel rein. Aha. Was könnten wir da machen? Wir könnten hier rauf. Auf eine Brücke wird schwierig. Wir sehen, wir sind hier so tief unter der Erde. Da kommen wir ja nicht auf eine Brücke rauf. Ja, hier rüber gehen. Dann dürfen wir einfach nicht die gleiche Tiefe haben, sozusagen. Ich baue das mal so. Dann aber gerne mit dem gleichen Portal wie hier. Das wäre das hier. Ja, das müsste eigentlich bereits passen. Wir lassen mal das andere Gleis noch in Ruhe. Ah, guck mal. Da komme ich tatsächlich so hier rüber. Wir haben hier keine Kreuzung. Das ist schon mal cool. Und sind dann hier. Da müssten wir hier auf eine Brücke. Das müsste eigentlich gehen. Guck mal, das geht hier so runter. Da kommen wir hier doch auf eine Brücke. Wegen den Gleisen hier, meine ich. Ja, machen wir so. Das ist schon schön. Wir müssen halt nicht aufs Tempo achten. Wir müssen auf gar nichts achten. Wir müssen einfach gucken, dass das irgendwie eine coole Strecke gibt. Das macht schon Laune zum Bauen. Es ist auch cool, tatsächlich zu bauen und aufs Tempo zu achten. Ist ganz klar. Das macht auch Spass. Aber das hier ist mal was anderes, sozusagen. So, also hier hin. Jetzt irgendwie mit dem Gleis. Ja, ja. Die Brücke gibt es, wie gesagt, automatisch. Was sehen wir hier für eine Brücke? Das ist ein Güterzug. Ein langer. Irgendwie sowas. Ja, das sieht doch staatlich aus. Sehr gut. Allerdings, wir könnten natürlich hier, wir haben ja nochmal Gleise. Also wir gehen hier dann über den Fluss rüber. Dann würde ich hier einen Bereich aufschütten. Oder wir gucken mal wegen einem Damm. Kannst du hier bitte nochmal einen Pfeiler setzen? Und zwar auf der anderen Seite vom Gleis. Ja, zum Beispiel so. Machen wir mal. Zack, gebongt. Dann geht das hier runter. Sagen wir mal so. Und das machen wir jetzt aber, entweder machen wir dann eine Aufschüttung oder wir machen einen Damm. Ich gucke mal, wie ein Damm aussieht. Wir haben maximales Gefälle. Also ich hätte gerne den weissen mal. Ja, ist doch eigentlich okay. Es schneidet natürlich hier alles ab. Aber hier hinten ist ja auch nichts. Hier auf den Damm rauf. Oder wir nehmen halt doch irgendwie den, den wir immer nehmen. Ich finde den halt schöner. Ja, der sieht schon besser aus. Also ich weiß auch nicht, der ist einfach farblich eher bei mir. Sagen wir es mal so. Ja gut, machen wir. Dann auf eine Brücke rauf. Und dann einmal über den Fluss rüber. Das können wir auch mit einer Kurve machen. Machen wir hier nochmal ein bisschen Höhe. Und machen nochmal diese grüne, würde ich vorschlagen. Das war eigentlich eine relativ gute Güterzugbrücke, wie ich finde. Irgendwie so und grün. Ist da nicht die gleiche Brücke wie die hier hinten? Das sieht man. Ja. Ja. Ja, ja, das ist doch okay. Machen wir mal. So, einmal gebaut. Einmal weiter. Wir holen uns gleich das zweite Gleis. Jetzt wollen wir hier aber nicht in den Tunnel rein, wenn es nicht sein muss. Und wieso? Jetzt ist halt die grundsätzliche Frage, wo wollen wir hin? Also klar, da hinten in den Bahnhof rein. Was mir dabei nicht so gefällt, ist, wenn wir hier lang gehen. Hier haben wir nichts. Klar, die Hybride haben wir hier. Aber sonst ist hier halt nichts. Wie wäre es denn, wenn wir uns irgendwie, ich weiss noch nicht wie, aber wenn wir uns irgendwie hier raufkämpfen, dass wir in die Nähe von Oberböser kommen. Hier. Dass wir vielleicht hier irgendwie dran vorbeifahren. Dann könnten wir hier hinten nämlich wieder runter und dort in den gekrümmten Bahnhof rein. Will ich jetzt? Das ist keine schlechte Idee. Ich würde sagen, das gehen wir mal an. Dann machen wir jetzt aber zuerst hier das zweite Gleis. Dass wir das noch mitnehmen. Das ist ja keine grosse Kunst. Das sollte eigentlich problemlos gehen. Hier vorne sind wir stehen geblieben. Einmal hier dann. Zack, einmal so. Und einmal quer hier rüber. Das gibt eine coole Mitfahrt. Da bin ich jetzt schon überzeugt. Zack, einmal so. Und dann einmal diesen. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie kommen wir hier. Es wird halt eine längere. Das wird ein längeres Tunnel geben. Es wird nicht anders funktionieren. Wenn wir hier lang düsen. Wir können ja mit dem Güterzug irgendwie machen, was wir wollen. Irgendwie hier lang und hier irgendwie an die Gleise ran. Und dann geht es hier rauf. Und dann geht es hier eigentlich rein. Und wir würden dann vielleicht sogar geradeaus. Dann kommen wir hier nochmal an die Züge ran. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Also, das würde heissen. Wir fahren jetzt auf der Seite erstmal wieder zurück. Wenn man ein Gleis findet. Können wir das so machen? Mit einem Bogen. Ja, ohne Brücke. Einfach so irgendwie so. Und ohne Tunnel. Dann irgendwie. Oh, du Grüne. Oh, da gibt es ja teuer wie eine Brücke. Nee, kommt jemand anders. Dann nehme ich das nochmal weg. Wir sind ja nicht gezwungen, jetzt hier oben lang zu düsen. Und das habe ich einfach mal gebaut. Und wir machen das so, dass wir hier im Prinzip unten bleiben. Und dorthin bauen. Ich wollte gerade sagen, düsen. Dann habe ich mich umentschieden. Und dann kam ein ganz komisches Wort raus. Das ist heissenberg zockt. So, also. Zum Fluss runter nochmal. Oder hier lang? Wir sind eigentlich nicht gezwungen, zum Fluss runter zu gehen. Aber wir machen das einfach. Wir sind ja zu gar nichts gezwungen. Das ist ja unser Güterzug. Rechte Seite. Hier runter. Und dann müssen wir hier doch dran vorbeikommen. Jawohl, und das tatsächlich ohne eine Brücke, ohne einen Tunnel. So, und dann hier lang. Das geht sogar. Dann haben wir hier nochmal eine kleine Brücke. Da würde ich tatsächlich nochmal einen Damm machen. Vielleicht wähle ich mal den weissen. Komm, dann machen wir hier mal den weissen Damm. Dann haben wir den auch. Nehmen wir das zweite Gleis mit, bevor wir es völlig vergessen. Das war hier hinten. Einmal hier rüber. Dann macht die Cam wieder irgendwelche komischen Sachen. Liegt aber, glaube ich, eher an meiner Tastatur. Also an der Kamera. So, hier auf den Damm rauf. Jawohl, dann haben wir das zweite Gleis auch wieder bei uns. Da fühle ich mich wohler. Dann geht es nicht verloren. So, einmal so. Und einmal hier lang. Schön dem Wasser entlang. Das hat doch einen gewissen Reiz. Finde ich das bessere. Oder die bessere Variante wie die. Eben, dass wir hier allen Ernstes irgendwie nach da hinten gehen. Und dann haben wir dort nichts. Jetzt geht es hier von quer nach schief. Das ist doch wunderbar. Wo müssen wir denn genau hin? Was haben wir gesagt? Im Prinzip hier durch den Bahnhof durch. Wäre eine Idee. Oder hier durch den Berg durch. Und dann hier hinten ans Gleis ran. Hier werden wir nicht... Ich würde die Depots stehen lassen. Ja, und dann hier wieder raus. Okay. Kommen wir hier. Also wir gehen natürlich nicht in die Gleise rein. Wir gehen an die Gleise ran. Das müssten wir hier irgendwie machen. Das würde schon mal gehen. Ich mache hier mal schon mal die beiden. Und dann gucken wir, ob wir da irgendwie reinkommen. Wenn ich das jetzt direkt mache. Das wäre das linke Gleis. Jetzt muss ich schnell gucken, wo wir stehen geblieben sind. Irgendwo da unten. Oh, da kommen wir halt wieder auf eine Killerbrücke rauf. Wenn ich das hier so lang baue. Dann haben wir hier einen Tunnel. Ja, dann von hier. Darunter. Das wird halt tatsächlich schwierig. Wenn wir hier folgen. Ja, durch den Bahnhof durch. Ich gucke mal ganz schnell. Was haben wir denn hier alles? Wir hätten hier noch zwei Gleise freie. Genau, zwei freie Gleise. Heute ist mit Reden. Also ich sollte, glaube ich, keine Bücher mehr vorlesen heute. Ja, ne. Da kreuzen wir dann hier mit diesen Linien. Wir dürfen mit diesem Zug nicht kreuzen. Der ist so lang. Der blockiert uns alles, was wir hier dann sonst noch haben. Also müssen wir hier dran vorbei. Hier an die Gleise ran. Ja, das könnte man natürlich theoretisch. Das würde heissen, wir müssten von hier so einen Bogen hier rauf machen. Auf der Seite. Geht das? Moment, das machen wir hier vorne. Ganz einfach deswegen, weil... Ja, da kommen wir hier nicht unten durch. Ne, 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 ne. Das geht nicht. Ich möchte halt hier nicht wieder ein Gleis- oder ein Geländerkonflikt haben. Und hier den Kringel haben wir ja auch nicht umsonst gebaut. Das geht natürlich schon darum, dass wir noch da unten kommen. Hier haben wir den Platz nicht mehr, dass wir hier reinkämen. Hier könnte man höchstens hier unten durch. Hier an den Bogen machen. Und dann hier ans Gleis ran. Wir sind aber auf der linken Seite. Das ist genau falsch. Wir sollten auf die rechte, damit wir hier den hier haben, und dann hier auf der rechten Seite sind und hier am Bahnhof vorbeikommen. Das wäre die Überlegung. Oder was wäre eine andere Möglichkeit? Im Prinzip hier der Strasse folgen. Und dann dort die Kurve. Wäre auch eine Option. Oder kommen wir hier vorne ran? Wenn ich hier aufwärts baue. Ja, aber wir müssen halt in die Richtung. Ne, was müssen wir denn? Doch, wir müssen in die Richtung. Ja. Hier, das wär's. Das heißt, hier unten rein. Das wird nicht gehen. Das wird tatsächlich nicht gehen vom Höhenunterschied her. Schade. Es hätte halt schon einen gewissen Reiz gehabt. Irgendwie nach hier vorne und dann hier irgendwie rein. Also an die Gleise ran, wir müssen nicht rein. Beziehungsweise, Moment. Ne, lass mich nochmal gucken. Welches ist die Seite, die wir brauchen? Die hier. Jawohl, die aussen. Dann kommen wir doch hier eigentlich problemlos rein. Also, da ran die Gleise ran. Wir müssen ja nicht rein. Aber, ne, ich kann hier nicht drehen. Ich kann hier unten durch und dann sind wir hier falsch. Im Prinzip hier unten durch. Einmal drehen mit dem Zug und dann da ran. Das würde gehen. Warte, das ist ja eben. Dann haben wir doch den Gleis. Den Gleis im Morgz. Also, das geht schon mal. Das ist schon mal kein Problem. Das würde, ja. Wenn ich es richtig mache, geht das. Also, da kommen wir da runter. Das ist kein Problem. Das Problem ist, wie kommen wir hier außen? Irgendwie, wie kommen wir hier hin? Das ist halt die Gegenrichtung. Wir müssen, irgendwie, wir müssen die Linie oder wir müssen den Zug drehen. Beziehungsweise die Gleise. Kommt, wir bauen mal nach da vorne. Ich finde das immer eine coole Idee. Dann haben wir halt nochmal ein bisschen Bauphase. Das ist ja egal. Wir haben ja keinen zeitlichen Druck, sondern wir wollen eine coole Strecke haben. Und eine coole Strecke müssen wir haben, wenn wir das so machen. Wir machen mal den und einmal hier diesen. Okay. Ja, ein paar Meter brauchen wir noch. Vielleicht jetzt schon mal Höhe. Nee, Höhe bringt es nicht. Also, nochmal hier. Ganz einfach. Wir müssen in die Richtung. Haben wir da? Doch, wir haben halt den Geländer Morgz. Den haben wir tatsächlich. Vielleicht hier das kappen. Das wäre eine Idee. Und dann aufschütten. Dann hätten wir den Geländer Morgz nicht. Oder wir machen zu. Wir können doch hier so ran. Das müsste doch gehen. Äh, geh mal runter. Das müsste doch gehen. Das, ich habe viel zu kompliziert gedacht. Die Frage ist halt eher, von der Höhe her, ja. Ich versuche mal. Nee, das ist dann doch ein bisschen. Allerdings, es würde mit Trotz dem Bauen funktionieren. Und hier dann halt eine Brücke oder eine Aufschüttung. Ja, komm, das machen wir mal. Das ist doch keine massive Steigung, finde ich. Steigung zu gross, finde ich nicht. Was machen wir hier? Eine Brücke. Da vorne haben wir die grüne. Das müsste die hier sein, plus minus. Oder die hier, die hellere. Ja, machen wir die mal. Machen wir mal Trotz dem Bauen. Nehmen das zweite Gleis mit. Nehmen wir hier vorne ran. Oh, achso, ja logisch. Ja, die Steigung ist natürlich auch hier zu gross. Vor allem, oh, wir sind auf der falschen Seite. Ach, der Herr Heisenberg. Jetzt hat er mal wieder den Gelle-Effekt. Äh, das passt so nicht. Das kriegen wir aber zum Passen. Und zwar relativ easy. Das wäre dann, wenn wir das Gleis schnappen. Machen wir das mal gleich lang. Was brauchen wir? Wir sind hier links. Definitiv links. Das würde heissen, das wäre das Gleis. Jawohl. Dann können wir das hier mitnehmen. Das mit Steigung zu gross, das ist klar. Bauen das mal bis hier hin. Machen wir den Kringel. Krümmung zu gross. Das ist auch nicht schlimm. Machen wir auch mit trotzdem bauen. Und dann sind wir doch hier an den Gleisen dran. Dann können wir hier folgen. Und sind auf der falschen Seite. Ha, ha, ha. Ich wollte doch hier rein. Stimmt. Jetzt wo ich sag. Es schien gerade so einfach. Aber das geht doch auch. Wenn wir hier sind. Dann gehen wir irgendwie hier dran vorbei. Wir können die Strasse hier. Ja, ne. Die können wir nicht kappen. Da oben haben wir eine LKW-Teil. Ja, das ist natürlich der Ruf. Im Prinzip müssten wir halt eben tatsächlich genau. Ja, auf die Seite. Wenn wir das nochmal kappen. Und hier unten irgendwie. Ne, dann haben wir ja das Problem. Ja, dass hier natürlich eben das Geländer ist. Und wir dann ein Geländer-Morx haben. Ne, das geht nicht. Aber wir werden das irgendwie hinkriegen. Da bin ich guter Dinge, liebe Freunde. Aber die Folge ist soweit durch. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen gefallen. War ja nicht mal bauintensiv. Ne, ne. Mitgefahren sind wir ja tatsächlich auch. Und das Problem hier, das kein Problem ist. Das werden wir morgen beheben. Da werden wir morgen gucken, wie wir hier das Ganze so handhaben. Dass wir hier mal Richtung Oberböser kommen. Hinten die Kurve machen. Und dann dort zu unserem Bahnhof kommen. Jetzt haben wir gerade noch eine Autosave. Das ist nicht ideal, wenn man Tschüss sagen möchte. Höchstens. Ihr könnt natürlich gucken, wo haben wir noch einen Zug. Hier unten haben wir einen Zug. Dann sagen wir mit dem Tschüss. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, dass euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.